Die Katze sieht nämlich gut aus, die hätte ich gern. Wie wenn ich im Stream auf Klo muss? Apropos! Oh! Wer ist er denn? Die Katze hat es nicht verstanden jetzt irgendwie. Oh mein Gott! Als ob das die Schulter von der Katze war! Gut, nice, 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 nice! Ja... Ich verstehe, ich verstehe Tiere manchmal nicht. Der ist auch gut, kenn ich schon. Me im Gym. Fühle ich. 1-1. Oh nein, er fällt. Ich fand den Clip gerade voll traurig, weil der Roboter gefallen ist. Das tat mir irgendwie voll im Herz weh. Aber dann war es doch lustig, weil der Roboter die Menschen noch so umgekippt hat. Das war dann doch wieder lustig. Aber es tat mir irgendwie voll leid, dass der Roboter umgekippt ist. Oh Gott, wie cute! Was ist das für ein Tier gewesen überhaupt? Was ist das überhaupt? Eine Nase? Ne, was ist das? Ein Hund? Das ist viel zu klein für einen Hund, Chad. Das ist eine große Ameise. Nein, Reethock, Chad, was ist das? Hast du wirklich einen Hund? Ein kleiner Hund? Chad, das ist so groß. Wollen die echt, ist das ein Hund? Ja, safe. Verstehe ich, warum höre ich, dass du sicher seid, aber okay. Aber du wirst nie wissen, wann es kommt. Und dann geht es wie... Stark. Hä? 3, 2, 1! Ich hätte das Klavier noch gewollt, wieso? Wieso haben die das runtergeworfen? Wieso? Ich hätte es noch gewollt. Enttäuschend. Ich würde gerne mal wissen, was das für ein Geräusch macht das Tier. Weil ich habe schon gehört, wie Baby Krokodile machen und ich habe schon gehört, wie... was Erwachsene Krokodile für Geräusche machen. Aber es wäre sehr interessant, was so... was so medium große Tiere für Geräusche machen. 3... mhm... 2... 3... Was ist da runtergefallen? Komm mal, der kriegt ja Bonk. Oh! Motherfuck! Äh, habe ich auch gesagt, Chad. Wir sind so gleich! Aha! Hey! Uber und Royal Sky, wir sind Seelfwand! Und willkommen zur Tagesschau! Ich war heute mit dem Makler wo, um mir was für jemand anzuschauen. Eine seiner Arschtasche war sein Handy. Das war seine Arschtasche. Und dann ist sein Handy angegangen und hat nicht gemerkt... Ja, nicht gemerkt, dass es aus seinem Handy kommt. Und dann kam da einfach nur so... Bumm! Die Tagesschau! Und dann ging es einfach so los. Und dann kam so... Die News! Die heutigen Nachrichten! Und so... Und dann hat er herzlich gemerkt, dass es in der Tagessasche kam. Und mich dann alle so da und haben aufgehört zu reden. Und dann haben mich so angeschaut. Und dann haben wir so... Und wir waren so... Jo! Mike, willst du vielleicht... Willst du vielleicht das ausmachen? Bumm! Mike who? Mike Horken! Oh nein! Du redest das nicht! Na, aber Rucksack! Oh! Oh nein! Oh. Holy shit. Holy shit. Oh. Manche, wenn ihr so süße Videos seht, tut es mir ein bisschen im Herz weh. Also es macht mich auch glücklich, aber es macht mich tatsächlich mehr traurig als glücklich. Ich weiß nicht, ob es manche fühlen. Pfeifert. Das ist ultra klug. Merry Christmas, Gretchen. I think that just dripped oil right on her face. Ich habe früher Murmeln gesammelt. Ich war voll der Nerd. Ich bin immer noch ein bisschen nerdy. Ich war früher biggest Nerd der Welt. Really talk. Und manche Murmeln hatte man nicht so oft. Manche hatte man so richtig oft. Die waren so diese normalen, die mit so grün und blau. Die waren wack. Die hatte man richtig oft. Nein, ob es noch Murmeln, die richtig einfarbig und richtig geil waren, die hatte man richtig selten. Wenn du die mal verloren hast oder wenn die die mal in der Nase stecken geblieben ist, dann wird es richtig scheiße. Das war jetzt voll unsatisfying. Wie gesagt, es hat jetzt aufgehört, bevor das angefangen hat. Oh. How? Oh, ein Pinguin. So süß. Holy shit. Ich habe mal überlegt, ich habe mir ein Pinguin als Haustier holen. Dann habe ich gegoogelt. Die haben gesagt, dass man das nicht macht, weil das keine gute Tierhaltung ist. Plus, anscheinend stinken Pinguine tatsächlich relativ stark. Aber ich finde sie sehr süß und ich hätte gerne einen. Oh mein Gott, bitte lass nichts aus dem Klo rauskommen. Oh mein Gott, ich weine, wenn du aus dem Klo rauskommst. Oh mein Gott, ich weine. Okay, gut. Wenn ich Videos sehe, wo Sachen aus dem Klo kommen, für so Monate, fühlt sich das an, als würde jedes Mal, wenn ich mich aufs Klo setzen, irgendwas aus dem Klo kommen. Also so ein Tier, you know? So eine Schlange. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass sie mal irgendwo war. Mama, wo warst du mal, wo was aus dem Klo kam? Eine Schlange oder so. Eine Spinne? Nicht? Hast du mir das erzählt? Ein Maulwurf? Ne, das habe ich jetzt nicht gemeint. Ne, den Maulwurf habe ich jetzt nicht gemeint. Der ist süß. Krawalligel, danke für den Euro. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, ja? Das ist auch nicht cringe gewesen. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Okay, schau. Hey, ist ein A. Oh mein Gott. Es war ein Waschbächt, der hat mir die Katze voll den kurzen Schwanz. Oh, das ist ja süß. Das fand ich jetzt sehr knuffig. In Deutschland, wir kalt es Süßi. Oh mein Gott, wieso machen Katzen manchmal so? Wieso schleichen sie sich manchmal so an? Mann, wieso schleichen sich Katzen manchmal an, wenn du sie voll-on siehst? Das macht überhaupt keinen Sinn. Soll ich euch was zeigen? Ich habe ein Baby-Stream-Deck. Schaut mal, ein ganz kleines habe ich. Süße, oder? Ein ganz kleines Stream-Deck habe ich. Das ist voll cool. Wenn ich hier drauf drück, dann wechselt das die Szene. Voll nice. Portable. Ein Elch. Träume ich, oder macht sie ein Kuckon da? Ein Kuckoo? Team Kuckoo? Achso, Kuckoo heißt Hallo machen. Ah. Wieso atmen Hunde immer so energetisch? Tappel Kuckuck. Naja, zu viel von diesem... Habt ihr Bold gesehen? Diesen Film mit dem Hund? War da nicht auch so ein Hamster, der in so einer Glaskuppel war? Und dann auch so an Wänden gelaufen ist? Tifos. Ja. Ist das wohl getting late?